Lange nicht gehabt hier im Kanal, Laufen und die liebe Wissenschaft. Heute geht es um Schmerzmittel, wie die wirken und was es für Probleme mit Schmerzmitteln in Bezug auf den Sport gibt, erfahrt ihr in diesem Video. In den letzten Jahren gab es bei mir immer wieder Phasen, wo ich Rückenschmerzen hatte oder Verspannungen und in diesen Fällen zu unterschiedlichsten Schmerzmitteln gegriffen habe. Ibuprofen, Paracetamol oder Voltaren standen da ganz oben auf der Einkaufsliste. Mal als Selbstmedikamentation und manchmal empfahlen in solchen Fällen auch der Hausarzt die frei verfügbare Tablette für wenig Geld aus der Apotheke. Und in den meisten Fällen half das ja auch gut. Ein paar Tage eingenommen, lösen sich Verspannungen, die Schmerzen gehen, genauso wie man es eigentlich will. Manchmal ist es aber nicht ganz so einfach. Wer kennt es nicht? Auch Laufen oder der Sport im Allgemeinen hilft ja gegen Schmerz. Man denkt so, ich habe eine Verspannung, ich gehe laufen, damit sich die Verspannung löst. Aber naja gut, ich nehme auch die Schmerztablette. Also macht man beides. Also Sport machen und die Tablette nehmen. Vor dem Wettkampf schmerzt der Knöchel ein bisschen. Ah ja, ist unangenehm. Also warum nicht eine Tablette einwerfen? Kostet nichts, wirkt perfekt. Der Bestzeit steht nichts im Wege. Aber nur weil Schmerzmittel frei verfügbar sind und auch durchaus gut wirken, heißt das nicht, dass sie ungefährlich sind oder nicht mit Bedacht konsumiert werden sollten. Fangen wir vielleicht zunächst mal mit der Wirkungsweise von Schmerzmitteln an. Je nach Wirkstoff arbeiten die Schmerzmittel unterschiedlich in unserem Körper. Aspirin und Ibuprofen wirken nach dem gleichen Prinzip. Am Ort der Verletzung oder des Problems bildet der Körper sogenannte Prostaglandine, die an den Schmerzrezeptoren der Nervenenden andocken. Dadurch wird das Gehirn alarmiert, dass ich beispielsweise Rückenschmerzen habe. Aspirin und Ibuprofen wirken nun so, dass die Herstellungen von Prostaglandinen gehemmt werden, so dass die Schmerzreize erst gar nicht an das Gehirn weitergeleitet werden. Anders sieht das zum Beispiel bei Paracetamol aus. Das wirkt am sogenannten synaptischen Spalt. Hier versucht der Körper also zunächst den Schmerz ans Gehirn weiterzuleiten, scheitert aber halt an der Überwindung dieses synaptischen Spalts, da Paracetamol die Bildung von Anandamid verhindert. Das hilft sonst halt bei der Überwindung dieses Spalts. Kommen wir nun zu den Problemen in Bezug auf den Sport. Jeder kennt die Beipackzettel von Medikamenten, doch niemand nimmt die ellenlangen Beschreibungen von potenziellen Nebenwirkungen so richtig ernst. Wer hat es nicht schon mal gehabt? Aspirin genommen, da grummelt der Magen. Was soll's? Außerdem, wie schon erwähnt, sind Ibuprofen, Aspirin und Paracetamol ja frei verfügbar. Da denkt man jetzt nicht, dass die große Probleme bereiten können. Das wäre sonst völlig unverantwortlich. Das Recherchezentrum Korrektiv hat ein großes Dossier zum Thema Schmerzmittel im Amateurfußball zusammengestellt und dabei herausgefunden, dass Schmerzmittel in diesem Bereich gerne mal wie Vitamine genommen werden, daraus aber nicht selten gesundheitliche Probleme entstehen. Auch Studien bei großen Laufveranstaltungen wie dem Jungfrau-Marathon oder dem Boston-Marathon zeigen, dass jeder zweite bis dritte bereits vor dem Startschuss Schmerzmittel genommen hat. Viele Sportler nutzen Schmerzmittel, aber nicht nur zur Bekämpfung von Schmerzen, sondern auch prophylaktisch aufgrund der Sorge, dass man hinterher nach dem ellenlangen Lauf Schmerzen hat. Ein bekanntes Negativbeispiel ist die Ultraläuferin Stefanie Ehret, die vor und während eines 24-Stunden-Rennens zwölf Ibuprofen-Tabletten Einnahmen, gewann und im Ziel mit einem akuten Nierenversagen zusammenbrach. Schmerzmittel haben diverse Nebenwirkungen, nicht nur für Profisportler oder halt wenn man bei einer Extremsportveranstaltung wie Marathon oder Ultralauf dabei ist, sondern noch viel mehr. Der Blutdruck wird erhöht, was problematisch sein kann, weil natürlich auch der Sport den Blutdruck erhöht und wenn man vielleicht schon selber einen erhöhten Blutdruck hat, kann dies auch schon bei geringen Dosierungen zu einem Herzinfarkt oder Hirnschlag führen. Weiterhin können Ibuprofen und Co. zu Schwindel, Übelkeit, Durchfall, inneren Blutungen und Krämpfen führen. Außerdem steigt das Risiko einer Hypoatriämie, z.B. während des Marathons, einer Elektrolytstörung. Und wie im Falle von Ehret, wenn nicht genug getrunken wird, steigt das Risiko einfach, dass die Nieren überfordert werden. Und dafür reicht schon manchmal eine Ibo auf einem 10km-Rennen. Und das sind nur einige der vielen Nebenwirkungen. Prophylaktische Wirkung ist zudem auch überhaupt nicht bewiesen und nicht unwichtig, auch diese frei verfügbaren Schmerzmittel können abhängig machen. Trotzdem haben Schmerzmittel natürlich ihren Nutzen, wenn denn richtig angewendet. Das heißt konkret für Sportler, wenn Schmerzmittel, dann immer erst nach dem Sport und nach einer genauen Betrachtung der Situation. Schmerzen sind in der Regel Warnhinweise des Körpers, die man nicht unterschätzen sollte. Und gegebenenfalls konsultiert man halt auch mal den Arzt. Auch wenn man Vorerkrankungen im Herz oder Nieren bereichert. Zweitens, man nimmt keine Schmerzmittel möglichst auf nüchternen Magen. Drittens, immer genügend trinken, gegebenenfalls isotonische Mischungen zuführen. Und viertens, auch die Maximaldosis beachten und längerfristigen Konsum immer mit dem Arzt absprechen. Ich muss gestehen, dass ich auch schon mal häufiger an Ibo vorm Lauf bzw. vorm Wettkampf eingeworfen habe. Ist schon ein bisschen länger her, aber ja, ich habe es getan und da war ich mir der Risiken nicht wirklich bewusst. Wie sieht es bei euch aus? Nehmt ihr regelmäßig Schmerztabletten schon mal vorm Wettkampf? Hat es was gebracht? Hattet ihr Probleme? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ein paar Links habe ich auch noch unten in die Videobeschreibung gepackt, unter anderem zu dem Korrektivartikel, zu dem Dossier, aber auch noch ein paar andere Artikel, damit ihr selber noch mal schauen könnt, was Schmerzmittel beim Sport anrichten können. Das war's für diese Woche. Macht's gut, bleibt gesund. Tschüss.